Der Minidackel ist ein kleines, aber mutiges Hündchen, das seine Besitzer mit seinem Charme in kürzester Zeit verzaubert. Obwohl er klein ist, hat er ein großes Selbstbewusstsein und eine starke Persönlichkeit, die ihn zu einem wunderbaren Haustier machen. Diese Hunde wurden ursprünglich gezüchtet, um in engen Gängen zu jagen und Beute zu fangen, aber heute sind sie vor allem als treue Begleiter bekannt. Sie haben ein glattes, kurzes Fell und kommen in verschiedenen Farben vor, wie zum Beispiel braun, schwarz, rot oder gestreift. Aber der Minidackel ist nicht nur süß und kuschelig, er ist auch unglaublich aktiv und energiegeladen. Er liebt es zu spielen und herumzutoben, aber er hat auch einen starken Willen und kann manchmal stur sein.